Kommentar Die Ministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, ist noch keine 365 Tage im Amt, hat sich aber bereits mehrfach als absolute Fehlbesetzung erwiesen. Ein elternunabhängiges BAföG beispielsweise lehnte sie mit der Begründung ab, ein solches wäre wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Ministerin weiß offenbar nicht, dass Studierende keineswegs bedingungslos gefördert werden, sondern im Gegenteil nur unter der Bedingung, dass sie akademische Leistungen erbringen. Zudem ist Studenten-BAföG partiell zurückzuzahlen, ein bedingungsloses Grundeinkommen hingegen nicht. In Langzeitstudien will Karliczek untersuchen lassen, ob es negative Auswirkungen auf Kinder hat, wenn diese in der Obhut gleichgeschlechtlicher Paare aufwachsen. Peinlich, denn diese Studien existieren bereits. Negative Auswirkungen gibt es keine. Völlig absurd aber ist Karliczeks Phantasmagorie von der Gleichwertigkeit zwischen Berufsausbildung und Hochschulstudium. Sie will, dass auch Berufsabsolventen Bachelor und Master heißen. Vielen Dank.